Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute stellen wir ja den Grand Comfort Speisewagen vor, den wir ja letztens ausgepackt haben. Im EC Michelangelo 80 von München, Nürnberg nach Roma Termini. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Fahrrad ist einsteigen und die Türen schließen. Zug fährt ab. Musik 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 Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020